Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seiner Gentle-Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ich hier. Hier. Gentzy's Journey. Ja, okay, ich muss so viele Gegenstände reparieren. Dass sich das jetzt noch zieht, in dem Raum liebe ich Feuerabsorption. Das kann ich mir vorstellen, dass Feuerabsorption da natürlich richtig nice ist. Das hat halt jetzt natürlich für mich nicht zur Option gestanden. Benutzt Blutsaugen primär. Einmal Rapophis, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Als nächstes, bitte nicht Wexit-Game. Klar, hier und da mal ein Tipp für die Usability. Ja, aber bitte nicht so. Und C, was benutze ich denn da primär, bitteschön? Augen auf im Straßenverkehr. Also nicht nur einen Tipp gegeben, auch noch einen dusseligen Tipp. Dankeschön. Gleich war nicht hilfreich. So. Da liegt ein Z-Gegenstand. Na, wenigstens hat sich der Krampf gelohnt. Habt ihr inzwischen nicht genug Tod gesehen? Vielleicht sollten wir eine nette Reise nach Phileos unternehmen. Und hier kommt ein bisschen besser als euch, die Amazon. Muss ich jetzt leider sagen. Das ist ein ziemlich geiler Fund. Okay. Ja, ja, ja. 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 Da muss ich... Das werden wir gleich machen müssen. Ich kann mich nach den Schätzen sehen. Ja. Ja. Die Kiste dafür war dann natürlich eher labbig. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich da drei ordentliche Topaze reinmache, haben wir da jetzt schon Vorteile von. Aber das muss ich dann nochmal gucken, wie sich das rechnerisch auszahlt. Aber das Ding ist so gut im Vergleich zu dem Unique, das wir jetzt haben. Dass ich mir vorstellen könnte, dass es jetzt schon funktioniert. Das einzige, was schade ist, ist, dass wir die einzigartige Fähigkeit unseres jetzigen Uniques verlieren. Das ist nämlich eigentlich ganz cool. Das boostet halt unsere Skelette ziemlich. Mal gucken. Erst mal die Sockel besetzen und dann sehen wir, was die Mathematik sagt. Und es könnte tatsächlich sein, dass ich sogar eine zweite Gegenstatt aus Fatma's Z schon da habe. Ich bin der Meinung, wir hatten schon mal was in die Richtung gefunden. So. Erstmal machen wir fertig, aber da sind wir ja gleich durch. Jetzt haben wir hier noch so ein kleines Intermezzo mit den beiden. Oh. Und ein größeres Intermezzo mit dem da. Welches Getränk sollte man zu einem Intermezzo immer trinken? Ich empfehle Intermezzo-Mix. Herstelle keine bezahlte Werbung. Überhaupt keine Werbung. So. Okay. Ich muss zurückkehren. Damit sind wir hier fertig. So viel Neues, das die Leute mir erzählen wollen. Hat mich schon von jeher vor den Armen gewarnt. Sie wollen meinen Reichtum, aber dafür zu arbeiten, käme ihnen nie in den Sinn. Und nun haben sie eine Armee des Todes erschaffen. Wenn ich einmal König bin, werde ich ihnen Manieren beibringen. Schwurbler. Es gibt eine Seuche und es gibt Schwurbler. Wenn wir uns ihm unterwerfen, trennt euch von euren Reichtümern und sichert so euer Seelenheil. Das ist nicht ein Vertruf. Er will nur euer Geld. Schweigt still, Ketzer. Ihr verdammt uns alle mit eurem Gerede. Manche Dinge erinnern sich wirklich nie. Ich erzählte euch bereits von Liria, oder? Sie war so schön, dass Dilgis sich in den Kopf gesetzt hatte, sie besitzen zu müssen. Oh ja. Er verfolgte sie ohne Unterlass und überhäufte sie mit Geschenken, bis sie schließlich nachgab und einwilligte, seine Frau zu werden. So macht man das nämlich. Aber Dilgis Eifersucht kannte keine Grenzen. Er versteckte Liria hoch oben in den Himmeln. Außerhalb der Reichweite von Menschen und Göttern. Seine Besessenheit trieb ihn dazu, sie zu misshandeln? Ja, so war Dilgis. Das Verlangen war seine Natur. Klingt nach einem sympathischen Kerlchen. Ich habe so Ideen. Kann es sein, dass der Prophet uns aufgegeben hat? Warum sonst wäre seine Magie fehlgeschlagen, als wir schliefen? Bei euch hat sie offensichtlich nicht versagt. Aber meine Schwestern sind gestorben. Warum sie und nicht ich? Es kann Zufall gewesen sein, oder auch nicht. Ich muss wissen, was es war. Ich werde die Wahrheit erfahren. Er hat meinen Bruder in der Bastion das Leben gerettet. Harald Snow. Mhm. Schön, wie er da steht. Er steht so, äh. Schreckliche Dinge passieren draußen in der Stadt. Ich glaube an euch. Aber Victor hat seine Zweifel. Ich vermute, er ist ein bisschen eifersüchtig. Was für ein Unsinn fasst du dabei. Natürlich denke ich, dass er uns retten wird. Und ich habe genau die Waren, die er dafür braucht. Hashtag keine bezahlte Werbung. Du hast genau keine Ware, die ich für irgendwas brauche, du Flitzpiepe. Das Schiff meines Sohnes hat heute in Bramwell angelegt. Ich, ich hatte geglaubt, er wäre dort sicher. Aber jetzt kommen mir Gerüchte zu Ohren. Gebt mir eine Watt. Ich muss nach Bramwell. Bleibt hier. Ihr könnt nach ihm suchen, wenn Westmark wieder sicher ist. Ja. Das halte ich auch für schlauer. Hier gibt es für euch keinen Ruhm zu erringen, Erbenteurer. Leichen erzählen keine Heldensagen. Hast du meine Leichen schon mal gefragt? Wer weiß, was passiert wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Es war das Mindeste, was ich tun konnte. Jeder hätte an meiner Stelle das Gleiche getan. Aber ihr hättet auch einfach vorbeirennen können. Beschichtete Westmark, Teil 2. Trotz seines Aberglaubens war Rackis ein gerechter, von seinem Volk viel geliebter König. Nach ihm bestieg sein Sohn Korsig den Thron, der bestrebt war, die barbarischen Stämme des Nordens auszulöschen. Die Herrschaft von Rackis' Blutlinie fand ihr Ende, als Korsigs Sohn Corellan starb, ohne einen Erben zu hinterlassen. Mein Vater war Kommandant der Ritter der Westmark. Ich hätte einst in seine Fußstapfen treten sollen. Und warum seid ihr es nicht? Ich wuchs mit den Geschichten der furchtlosen Horatrim auf. Vital Rascher und Jared Kane. Ich wollte so sein wie sie. Mein Vater tat all dies jedoch als Mythos ab. Ich werde sein Gesichtsaustruck nie vergessen, als ich ihnen beigetreten bin. Tja, schauen wir mal, ob sich das für dich ausgezahlt hat, ne? Wir haben übrigens gelernt, wer Rackis ist, ne? Rackis war der König, ihr einst, damals, früher. Tyrael hat mir von euren Taten berichtet. Ihr habt Diablo selbst getötet. Ja, aber ich war nicht allein. Ich weiß nicht, ob die Welt jemals begreifen wird, was es bedeutete, sich einem solch purem Bösen zu stellen. Die Welt wird niemals ohne das Böse existieren. Doch derartig viel davon kann sie nicht verkraften. Es ist dennoch besser, wenn die Menschen sich dieser Dinge nicht bewusst werden. Ich finde es auch schön, dass er sagt, er war nicht alleine, denn er hat ja seine Schulklasse dabei gehabt. Habt ihr dem Splitter bereits weiteres entlocken können? Nein, aber er ist unsere einzige Hoffnung, in Erfahrung zu bringen, was Maltail wirklich vorhat. Um ihn zu bezwingen, müssen wir wissen, wo er ist und was er plant. Die Antwort muss hier sein. Ich muss sie nur finden. Es sind schon zu viele Unschuldige umgekommen. Ja, dann such mal schneller, Tyrael, also ohne Quatsch. Was ich hier mache, das ist nur Schadensbegrenzung. Eure Soldaten halten jetzt schon eine Weile die Stellung. Wir standen am Rande der Niederlage. Eine Menge guter Männer haben ihr Leben geopfert, um uns zu retten. Aber sogar das war nicht genug. Wäret ihr nicht genau in diesem Augenblick erschienen, so wären wir vermutlich schon alle tot. Hm? Oh. Auf dem restlichen Königreich hätte schon längst Verstärkung eintreffen müssen. Habt ihr noch nicht gehört? Im ganzen Land werden die Städte belagert. Es ist nirgendwo sicher. Ja, Maltails Angriffe finden in ganzer Quarierstadt. Das ist bedauerlich. Was zum Teufel habt ihr gerade gesagt? Königshafen? Mein Bruder. Ja, ich find's total gut, dass der Totenbeschwerter einfach sagt, ja, das ist bedauerlich. Nicht etwa, oh Gott, was passiert hier nur? Sondern, hm, das ist bedauerlich. Ne, dann hab ich mir das eingebildet. Ja, ich glaube, das Inarius-Ding hatte ich im Kopf. Das ist ja auch ein, äh, Totbeschwerter-Set. Da haben wir nämlich auch schon zwei von. Da haben wir die Überzeugung von. Und wir haben die Standhaftigkeit des Inarius. Aber da das Ding sich ganz stark auf Knochenrüstung konzentriert, hm, weiß ich nicht. Es ist irgendwie... Ja, okay. Das ergibt dann in hohen Setzahlen, ergibt's Sinn. So. Jetzt hier noch nicht so. Gut, dann... Brauchen wir Edelsteiner, da hab ich... Einmal gucken. Habe ich Topazer in der Größe rumfliegen? Nicht ganz. Okay, aber wir verlieren neben dem Schaden, den ich wahrscheinlich mit den Topazen rein kriege, verlieren wir Zähigkeit, Unterholung. Technisch gesehen lohnt es sich nur so mäßig, ne? Eigentlich sollte ich noch bei dem anderen bleiben. Ja, wir bleiben bei dem anderen, bis wir mehr Set-Gegenstände gefunden haben. Ich denke, das ist das Sinnvollere. Bevor wir hier jetzt gerade so ein akzeptables Item rauskitzeln. Das ist doch offensichtlich, wer dafür verantwortlich ist. Das ist doch offensichtlich, wer dafür verantwortlich ist. Die Armen und Bettler haben diese Kreaturen heraufbeschworen, um Westmark zu erobern. Sag mal, guter Mann, warum glaubst du das? Vielleicht ist das die Angst, dass du jetzt im sozialen Abstieg ausgesetzt sein wirst? Oder die Angst vor Ungewaschenem? Erzähl doch mal. Mutter hat mich schon von jeher vor den Armen gewarnt. Sie wollen meinen Reichtum, aber dafür zu arbeiten, käme Ihnen nie in den Sinn. Oh, das ist erblich bedingt. Ja, ich kann verstehen, dass du so denkst. Gerade wenn ich höre, dass deine Mama dir das schon erzählt hat. Aber sag mal, ich habe relativ viel mit Armen zu tun gehabt. Und meistens interessieren die sich überhaupt nicht für so Sachen wie Armeen der Toten. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Das Schiff meines Sohnes hat heute in Bramwell angelegt. Ich hatte geglaubt, er wäre dort sicher. Aber jetzt kommen mir Gerüchte zu Ohren. Gebt mir eine Waffe. Ich muss nach Bramwell. Haben wir aber alles irgendwie schon mal... ... haben wir aber alles schon mal gehört. Hier gibt es für euch keinen Ruhm zu erringen, Abenteurer. Leichen erzählen keine Heldensagen. Mist, Tadi ist satt und zurück. Sehr gut, so muss das. Meine Bibliothek ist nicht weit von mir entfernt. Ich wollte sie gerade für den Abend schließen, als ich den Kampflärm in den Straßen hörte. Ich habe die Türen versperrt und bin durch das Hinterfenster entkommen. Doch für meinen offiziellen Bericht werde ich mir wohl etwas Spannenderes zurechtlegen müssen, nicht wahr? Ihr kennt die Legende der Gruft von Rackis, oder? Sie ist bis heute nicht gefunden worden. Die meisten Gelehrten glauben, dass sie unter Westmark liegt. Doch ich vermute, sie ist außerhalb der Stadt. Raffels war schließlich ein schlauer Mann. So, das hatten wir aber tatsächlich alles schon soweit. Was erzählt der hier? Tod. Okay, das war einfach. Na dann. Weiter geht's zum Wilddornfriedhof. Dann schauen wir mal. Wie wir heute so zurechtkommen. Musik, schon wieder unglaublich atmosphärisch. Ich brauche Heilung. Aua. Läuft ja schon mal super hier. Oh Gott. Okay. Da ist, da ist der Chef. Oh, scheiße. Das wird spannend. Spannend. Das wird spannend. Das sind auch wieder mehr als einer, kann das sein? Das ist doch hier nicht nur Minyakdo der Schmerzbringer. Den hatten wir beim letzten Mal auch schon. Er ist jetzt natürlich respawned, aber das ist okay. Ich werde mal kurz da die Heilkugel abholen, wenn ich kann. Aua. Shit, jetzt hat er mich geblockt. Es geht zu Ende. Aber gleich haben wir ihn. Der ist schon mal getötet. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Schmelztiegeln von Malta Eier, ne? Grundsätzlich. Ach, geht auch weg. Das war ganz schön viel, aber wir haben es geschafft. Wie solltest du das verstehen, mit dem darauf habe ich gewartet? Und du meinst auf die Garbage Explanation? Na, das war jetzt nicht so ganz unberechenbar, dass da plötzlich eine kam. Okay, haben wir Blüthiahn, der Ausgestoßene. Dann sprengen wir den mal. Können wir ihn quasi noch weiter ausstoßen. Ja, man tue gleich. Bin gerade kurz noch ein bisschen beschäftigt. So. Seid nicht so grisgränig. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Ich gebe mich der Ausgelassenheit nicht zu den wehren. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Nehmen wir an, ihr könnt in die Zukunft flicken. Wird dieser Kampf jemals enden? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben haben. Warum glaube ich das nicht? Weil es nicht vollends der Wahrheit entspricht. Und weil ihr ein Solcharis seid, der sich verharglich weigert zu glauben, dass ihr jemals glücklich und zufrieden sein könntet. Finde ich total gut. So. Den Ausdruck kenne ich nicht mal. Welchen? Ja, wir quatschen hier ganz casual nebenbei. Solcharis. Ich glaube auch, das ist ein Eigenname hier aus der Welt. Ich lasse mich aber gerne korrigieren. Und Mantul? Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Wisst ihr, ich habe ihn nie etwas essen sehen. Ich esse auch nicht. Ich betreibe Photosynthese. Aber es ist die ganze Zeit dunkel. Ja, seht ihr mal. Hier erscheint die These. Ja. Erklärt, warum er so hager ist. Bestimmt ein Nachtschattengewächs. Ja, garantiert. Ihr merkt doch, wie giftig er ist, oder? Oder wie tomatig. Klinker, Fleischfresser. Ich wunderte mich schon, warum er so schnell watschelte. Aber das erklärt es natürlich. Wirftet nicht das Ende. Äh. Oh, ein Heilbrunnen. Wie praktisch. Krieg irgendwie gerade ganz schön auf die Nuss. Können wir das mal lassen? Ja. Wirftet nicht das Ende. So. Können wir jetzt noch den Seraphen einmal auseinandernehmen. Und dann ist vielleicht auch wieder ein Moment Ruhe. Nein, da ist gleich der Nächste. Das wäre ja auch langweilig. Ja, das ist wenig überraschend, dass die Toten zahlreicher sind als die Lebenden. Woher kommt eigentlich auf die Nuss bekommen? Ich muss zugeben, ich habe das immer relativ wörtlich verstanden. Weil es ist hart und es ist rund. Und wenn man genug drückt, knackt's. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Was gibt es denn für ein Wissen? Mehr Abklingzeitreduktion. Halleluja. 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 Dann schnitzeln wir uns zusammen nach und nach mal durch. Ein paar Leichen explodieren lassen, habe ich erwähnt, dass die Carava Explosion OP ist. Dann schnitzeln wir das und gehen das. Aber wir brauchen doch noch ganz schön lange, um uns hier durch die Gegner zu mähen. Selbst durch dieses kleine Kuckzeug. Okay. ich habe das gefühl das hört ja auch nicht auf man geht zwei meter weiter direkt noch eine zombie horde am allerwertesten und man tut glaubt du ernsthaft tally kriegt von mir gehalt weißt du das problem ist wenn ich jemandem gehalt zahle könnte ich ihm erzählen oder ihr wie er oder sie zu arbeiten hat hat ich jemals versucht tally irgendwie zu erzählen wie sie zu arbeiten hat das tally hält das da wie gandalf kommt immer genau dann wenn sie es beabsichtigt hat auch gleich klein und die güte kommen wir aus der ecke schon die nächsten angekrebs mistige fliege wie ja muss dringend mal wieder was an meinem waffenschaden machen das ist ja traurig hier dauert ja ewigkeiten